Die Reise des Amara Es war einmal in einem fernen Land ein junger Mann namens Amara, der in einem kleinen Dorf am Rande eines weiten Waldes lebte. Seit seiner Kindheit hatte er von den Waisen gehört, die den wahren Sinn des Lebens erlangt hatten. Viele von ihnen waren als Mönche bekannt, die in die Berge zogen und in den stillen Tempeln meditierten. Amara hatte immer geglaubt, dass es einen tieferen Grund für seine Existenz geben müsste, als nur zu arbeiten, zu essen und zu schlafen. So begann er, nach Antworten zu suchen. Eines Tages, als der Sonnenuntergang den Himmel in goldene Farben tauchte, beschloss Amara, den gewohnten Pfad des Dorfes zu verlassen. Er wanderte in den Wald und hörte die leisen Geräusche des Windes, der durch die Bäume strich. Der Wald voller Leben und Stille zugleich war für ihn ein Symbol für das Unbekannte und das Verborgene in der Welt. Er begegnete einem alten Mann, der unter einem großen Baum saß. Der Mann war in einfache Kleidung gehüllt, doch seine Augen strahlten Weisheit aus, die Amara sofort spürte. Was suchst du, junger Mann? fragte der Alte mit einer Stimme, die so ruhig war wie das Wasser eines stillen Sees. Ich suche den Sinn des Lebens, antwortete Amara. Ich will verstehen, warum wir hier sind und wie ich mein Leben richtig führen kann. Der Alte Mann nickte, als ob er diese Frage schon viele Male gehört hatte. Der Sinn des Lebens liegt nicht in der Suche nach äußeren Dingen, sagte er langsam. Er liegt in der Erkenntnis, dass du bereits vollständig bist, genauso wie du bist. Amara blickte verwirrt auf den alten Mann. Aber wie kann das sein? Ich fühle mich doch oft leer und unvollständig. Der Alte schloss seine Augen und atmete tief ein. Du suchst außerhalb von dir, aber der wahre Frieden kommt nur von innen. Wenn du dein Herz öffnest und die Stille in dir hörst, wirst du erkennen, dass das Leben nicht in der Erfüllung von Wünschen liegt, sondern im Loslassen des Verlangens. Diese Worte trafen Amara tief. Doch er konnte die Bedeutung nicht vollständig erfassen. Er dankte dem alten Mann und setzte seine Reise fort. Amara wanderte weiter über Berge und durch Täler. Mit jedem Schritt begegnete er neuen Herausforderungen. Der Versuchung, sich an materielle Dinge zu klammern, die Angst vor dem Unbekannten, der Zweifel an seiner eigenen Fähigkeit, das wahre Selbst zu finden. Doch in jeder Schwierigkeit erinnerte er sich an die Worte des alten Mannes und versuchte, in der Stille Antworten zu finden. Eines Tages, nach vielen Jahren der Reise, fand Amara sich an einem stillen See wieder. Der See spiegelte den klaren Himmel und die umstehenden Berge wieder. Hier setzte er sich nieder und schloss die Augen, um zu meditieren. Stunden vergingen, dann Tage. Amara ließ alle Gedanken los, alle Wünsche und Ängste, die ihn lange begleitet hatten. In dieser tiefen Stille erkannte er, dass der wahre Frieden nicht in einer fernen Zukunft oder einem unerreichbaren Ziel lag, sondern im gegenwärtigen Moment, in der vollständigen Akzeptanz dessen, was ist. Als er die Augen öffnete, fühlte er sich ganz und vollständig. Es war, als ob die ganze Welt in ihm und er in der Welt war. In diesem Moment verstand er, dass die Reise selbst der Weg war und dass er nie etwas anderes gesucht hatte, als die Verbindung zu seinem eigenen Herzen. Amara kehrte zurück zu den Menschen seines Dorfes, aber er war nicht mehr der Gleiche. In seiner Stille und Weisheit konnte er den Frieden verbreiten, den er selbst in sich gefunden hatte. Er lebte nicht mehr nur auf der Suche, sondern im Sein. Nachdem Amara den stillen See verlassen hatte, wanderte er weiter durch die weiten Landschaften, die sich vor ihm erstreckten. Der Frühling war gekommen und die Bäume trugen frische Blätter, die in der sanften Brise raunten. Doch in Amaras Herzen war es winterlich ruhig. Die Erkenntnis, die er am See gewonnen hatte, ließ ihn von Tag zu Tag mehr verstehen, dass der wahre Frieden in der Akzeptanz des Moments lag und nicht in der Jagd nach äußeren Zielen. Doch während er durch das Land zog, begegnete er vielen Menschen, die von den gleichen Sorgen geplagt waren, die er einst gekannt hatte. Die Angst vor der Zukunft, die ständige Suche nach mehr, das Gefühl der Leere trotz äußerer Erfüllung. Einige suchten nach Reichtum, andere nach Macht, viele nach Liebe. Doch alle schienen in einem endlosen Kreis gefangen zu sein. Eines Morgens, als Amara in einem kleinen Dorf ankam, traf er auf einen Mann, der auf dem Marktplatz lautstark predigte. Er sprach von einer Wunderquelle, die angeblich all den Reichtum und die Freude bringen konnten, die die Menschen sich wünschten. Seine Worte fanden schnell Anklang und eine Menschenmenge versammelte sich um ihn. Kommt und erfahrt das Geheimnis des Glücks, rief der Mann aus. Die Quelle der Freude erwartet euch. Amara ging neugierig näher und lauschte den Worten. Doch etwas an der Art des Mannes erschien ihm seltsam. Es war der Glanz in seinen Augen, der mehr von Gier als von Weisheit sprach. Die Menge schien von der Idee der Quelle besessen zu sein. Einige begannen, Geld für die Erlaubnis zu der Quelle zu gelangen, zu sammeln, andere gaben ihre wertvollsten Besitztümer auf, um den wahren Reichtum zu finden. Amara fühlte eine Welle der Besorgnis in sich aufsteigen. Er erinnerte sich an die Lehren des alten Mannes unter dem Baum, an die Erkenntnis, dass wahre Glück nicht im Außen zu finden war. Was ist es, das sie suchen? fragte er sich. Und warum sind sie bereit, so viel zu opfern, ohne den wahren Preis zu kennen? Er trat aus der Menge zurück und ging einen Schritt weiter, als er plötzlich eine leise Stimme hörte, die ihm vertraut erschien. Du erkennst den Trug, Amara. Es war die Stimme des alten Mannes aus dem Wald. Amara drehte sich um und sah den weise, lächelnden Alten, der sich neben ihm auf einen Stein gesetzt hatte. Du hast viel erlebt auf deiner Reise. Aber auch du bist noch auf der Suche, sagte der alte Mann. Was du suchst, ist nicht die Quelle des Reichtums, sondern die Quelle des inneren Friedens. Amara setzte sich neben den Alten und fragte, wie finde ich die Quelle des Friedens? Warum können die Menschen nicht sehen, dass das, was sie suchen, ihnen schon immer zur Verfügung stand? Der Alte nickte. Es ist schwer, das Wahre zu erkennen, wenn der Verstand immer von der Außenwelt abgelenkt wird. Die Menschen suchen in der materiellen Welt nach Antworten, aber der wahre Reichtum ist der Frieden des Herzens. Sie sind geblendet von der Idee, dass mehr Besitz und mehr Macht ihnen Freude bringt. Doch die Freude, die sie suchen, kann nur in der Akzeptanz des Moments und im Loslassen der Gier gefunden werden. Amara verstand die Worte des Alten, doch ein weiteres Gefühl der Unruhe überkam ihn. Aber was ist mit dem Wunsch nach Veränderung, nach Fortschritt? Muss ich all meine Wünsche aufgeben? Der Alte schaute ihm tief in die Augen. Wünsche sind nicht das Problem, Amara. Es ist der Glaube, dass du ohne sie nicht vollständig bist. Wünsche entstehen aus dem inneren Drang nach Wachstum und sie sind ein Teil des menschlichen Lebens. Doch sie dürfen dich nicht kontrollieren. Solange du erkennst, dass du schon vollkommen bist, kannst du deinen Wünschen begegnen, ohne ihnen zu verfallen. Amara spürte eine tiefe Ruhe in sich aufsteigen. Es war, als ob der Alte ihm einen Spiegel vorgehalten hätte, der ihm seine eigenen Gedanken und Ängste zeigte und ihn gleichzeitig von ihnen befreite. Er fühlte sich leichter, als ob die Last der letzten Jahre von seinen Schultern gefallen war. Und was nun? fragte Amara, immer noch nach einer klaren Antwort suchend. Nun, antwortete der Alte mit einem Lächeln, musst du deinen eigenen Weg weitergehen. Der Weg zu wahrer Weisheit und Frieden ist nicht geradlinig. Er ist wie ein Fluss, der immer wieder neue Wendungen nimmt. Doch er führt immer zum Meer der Erleuchtung. Amara nahm die Worte des Alten in sich auf und stand auf. Er wusste, dass er nicht nach einem endgültigen Ziel strebte, sondern dass der Weg, den er beschritt, ebenso wichtig war wie der Zustand des Friedens, den er suchte. Der Weg war das Ziel, und er musste lernen, jeden Schritt in vollen Zügen zu leben, ohne an einem bestimmten Punkt anzuhalten. Er verabschiedete sich von dem Alten und setzte seine Reise fort. Der Pfad vor ihm war unklar, doch er fühlte sich sicherer als je zuvor, denn er wusste jetzt, dass der wahre Reichtum nicht in fernen Zielen lag, sondern in der Gegenwart. Er musste nicht weiter nach dem Glück suchen, sondern es einfach in jedem Moment leben. Amara setzte seine Reise fort, durchquert von Gedanken über das, was der Alte ihm sagte. Die Sonne brannte heiß auf den weiten Ebenen und der Wind trug die Erinnerung an die Worte des alten Mannes mit sich. Doch trotz dieser Weisheit fühlte sich Amara noch immer unsicher, als ob er ein fehlendes Puzzleteil in seiner Suche nach dem tieferen Sinn des Lebens noch nicht gefunden hatte. Er ging weiter, immer dem Berg zu, den er in der Ferne erblickte. Der Weg war steinig und steil, doch seine Entschlossenheit blieb unerschütterlich. Er wusste, dass er eines Tages den Gipfel erreichen würde und der Berg schien wie ein Symbol für das innere Ziel, das er suchte. Der Aufstieg war mühsam, aber er wusste, dass jede Anstrengung ein Teil des Prozesses war, der ihn zur Erleuchtung führen würde. In einer schattigen Höhle am Fuße des Bergs fand Amara schließlich Zuflucht. Er setzte sich auf den Boden und schloss die Augen, um einen Moment der Stille zu genießen. Doch in dieser Stille fand er keine Ruhe. Die Fragen, die ihn quälten, drehten sich in seinem Kopf. Was muss ich noch lernen? Was fehlt mir noch? In diesem Moment erschien vor ihm eine junge Frau. Sie trug einfache Kleidung, doch ihre Augen waren von einer tieferen Weisheit durchzogen, als Amara je zuvor gesehen hatte. Was suchst du, Amara? fragte sie ruhig, als hätte sie seine Gedanken gehört. Ich suche nach der Wahrheit, antwortete Amara. Ich habe so viel gelernt, aber es fühlt sich an, als ob etwas fehlt. Ich verstehe, dass ich den Moment leben muss, aber wie finde ich den Weg zur wahren Weisheit? Die Frau setzte sich neben ihn und schaute ihm lange in die Augen. Du bist bereits auf dem Weg, Amara, aber die Wahrheit, die du suchst, ist nicht immer das, was du denkst. Sie ist nicht in einem bestimmten Ziel oder einer Erkenntnis verborgen. Die Wahrheit ist, dass du der Weg bist. Amara verstand nicht sofort. Was meinst du damit? Ich dachte, der Weg zur Weisheit wäre etwas, das sich erreichen muss. Die Weisheit, sagte sie sanft, ist wie ein Fluss, der fließt. Du versuchst, den zu greifen, doch er entgleitet dir. Er kann nicht festgehalten werden, aber er kann genossen werden. Du bist der Fluss, der sich immer weiter bewegt. Du bist der Weg und das Ziel zugleich. Amara fühlte sich, als ob diese Worte eine tiefere Wahrheit in ihm erweckten. Doch er war immer noch unsicher, was das für seine eigene Reise bedeutete. Wie kann ich dann weitergehen, wenn ich schon der Weg bin? Die Frau lächelte und stand auf. Die Frage ist nicht, wie du weitergehst, sondern warum du gehst. Solange du den Grund für deinen Weg verstehst, wirst du nie aufhören zu wachsen. Mit diesen Worten verschwand die Frau so schnell, wie sie erschienen war und ließ Amara allein in der Höhle zurück. Doch er fühlte sich nicht mehr verloren. Die Erkenntnis, dass er selbst der Weg war, gab ihm eine neue Perspektive. Es war nicht mehr wichtig, nach etwas zu streben. Es war der Weg des Seins, der ihn erfüllte. Amara verließ die Höhle und setzte seine Reise fort. Der Berg, der ihm so groß und einschüchternd erschien war, war nun nur noch ein Teil der Landschaft. Der wahre Gipfel lag nicht in der physischen Welt, sondern in der Tiefe seines Herzens. Je mehr er reiste, desto mehr erkannte er, dass er immer noch auf der Suche war, doch nicht mehr mit dem Gefühl, etwas erreichen zu müssen. Der Weg selbst war die Weisheit. Jeder Schritt, jede Bewegung und jede Herausforderung trug ihn weiter, doch nicht zu einem fernen Ziel. Sie führten ihn zu einem immer tieferen Verständnis von sich selbst. Eines Tages, als er durch einen dichten Wald ging, stieß er auf eine Gruppe von Menschen, die sich versammelt hatten, um über den Sinn des Lebens zu diskutieren. Sie waren in lebhafte Gespräche vertieft und einige von ihnen schienen überzeugt, dass sie die Wahrheit gefunden hatten. Amara hörte eine Weile zu, bevor er sich zu ihnen gesellte. Was ist der Sinn des Lebens? fragte einer der Männer in die Runde. Der Sinn des Lebens, begann Amara, ist nicht in einem einzelnen Moment oder einer einzelnen Antwort zu finden. Der Sinn liegt in der Reise selbst. Es geht darum, die Erfahrungen zu schätzen, die uns auf dem Weg begegnen, und uns von ihnen formen zu lassen. Ein älterer Mann, der Amara zugehört hatte, nickte langsam. Du hast recht. Wir suchen immer nach einer endgültigen Antwort, nach einer Wahrheit, die uns Erlösung bringt. Doch die wahre Erlösung ist die Akzeptanz dessen, was ist. Die Worte des Mannes berührten Amara tief. Sie erinnerten ihn an das, was der alte Mann unter dem Baum gesagt hatte. Der wahre Frieden kommt nur von innen. Es war nicht wichtig, was andere über den Sinn des Lebens dachten. Es war wichtig, sich selbst zu erkennen und den eigenen Weg zu gehen. Als die Diskussion endete, ging Amara weiter. Der Wald lichtete sich und vor ihm tat sich eine weite Ebene auf. Der Horizont schien weit und unerreichbar. Aber Amara wusste, dass er nie wieder aufhören würde zu gehen. Denn die Reise selbst war die Antwort, die er suchte.